So, es geht in den K-Level! Das sind die besonders schweren Level und Zwischenberichte von Neoplace. Er hat die Welt auch hinter sich, bzw. er muss noch den K-Level und den Boss besiegen und wir beide sind zu 100% mit der Welt durch. Also zu 100% alle Kong-Buchstaben und alle Puzzleteile. Und so, willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze Speedrun Challenge mit Neoplace. Ja, wie gesagt, auf seinem Kanal genau dasselbe, nur mit ein bisschen mehr Skill. Wahrscheinlich, also wenn er weniger Skill hat als ich, würde es mich ja wundern. Der Burschi überrascht mich immer wieder. Was? Was ist denn da verboten? Okay. Wir nehmen natürlich Dixi! Aber der erste K-Level geht noch der zweite wird sehr schwer. Ich sag nix mehr! Nein! Ich... ... enthebe mich... ... mit meiner Stimme! Okay! Vergiss zu drücken! Komm schon mal sowas bei raus, ne? Zack! Summon! Weiß er nie! Das war jetzt blöd! Achso, das ist dieser Level! Achso! Okay! Gibt Schlimmeres! Es gibt wirklich Schlimmeres! Und ducken! Ducken! Für die Mucken! Hä? Hallo! Danke! Okay, ich hoffe die Banane hat nicht gezählt! Pfff! Puh! Burschi! Was spielt die eigentlich? Keine anderen Hobbys! Dieses Hüpfen habe ich eigentlich auswendig gelernt in einem anderen Spiel. Achso! Das ist keine Plattform! Danke, dass ich das auch schon weiss, ne? Ihr Luachis! Retro Studios! Ich weiß, wo ihr wohnt! Shaboom! Was habe ich jetzt gebracht? Es wird auch nichts gebracht! Es wird auch nichts nützen! Es wird auch nichts nützen! Doch eine Münze! Gut! Gut! Moment mal! Was gibt's denn hier? Nur 5? Also gut, nur 5, das wird noch schwer genug! Daug mir das Burschi ist! Das hat jetzt nichts gefehlt! Na gut, ich sehe sie dann aber am Schluss! Gut! Geronimo! So habe ich mich gerade auf diese Scheissäule konzentriert! Wer weiß? Wer weiß? I'm from American! Yes! Beef Burger! Pfff! Beef Burger! Ja klar! Beef Burger! Beef ist drin, oder? Oder... Nicht! Weißt du Beef? Beef ist als eine Kuh! Die macht Mut! Und die ganze U! Was? So! Da bumm! Ram! Ba bam! Danke für die gute Noten! Danke! Das sollte mir immer so entspüren! Aber echt jetzt! ja wenn es an konnten die erschmisch immer rede doch eben aber das eingesammelt Schaboom! 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 Ja, das bringt nichts! Boom! Boom, Schakalager! Schreckt mich bitte nicht so! Ha! Haha! Das war jetzt blöd! So! Soweit, so gut! Das macht mir jetzt keine Angst, ehrlich gesagt! Das macht mir jetzt schon etwas Angst! Okay! Schöne Kaki! Gesammelt ist gesammelt! Ihr habt es gesehen! Mhm! Ja, leider gibt es, glaube ich, keine Checkpoints, oder? Macht doch nichts! Checkpoints ist was für Luschen! Checkpoints ist was für 90er Jahre Kinder! Nein, Spaß! Ich bin ja 90er! Nein, ich bin ein 80er Kind! Ich bin 80er Kind! 1987! Ja! Genau! Meinem Alter gibt es nichts zu fälschen! Oder ich wüsste nichts davon! Na gut! Ich muss ehrlich sagen! Ich habe schon wildste Theorien! Die einen sagen, ja, du bist doch ein alter Sack! Und andere sagen, ich bin jung! Und wieder andere sagen, ich wäre älter! Andere sagen, ich wäre jünger! Also, ich kann euch gerne auch eine Kopie von meiner Geburtsurkunde veröffentlichen, wo steht, wie alt ich bin! Ja, aber was nicht nirgendwo aufgeschrieben ist, ist mein geistiger Zustand, den ich hier wieder mal bestens beweise! Ich freue mich auf den zweiten K-Level! Ich freue mich! Juhu! Dann werde ich in den Arsch gefickt, wie ein vertrockneter Suppenhuhn, dass man wieder mal... äh... was? Was? Entschuldig, das... das Lever geht mir an die Nieren! Mit einem Arsch! Einen Arsch! Hallo! Hallo! Banana! Doinkie! Boinkie! Hallo! Hallo! Sind sie neu hier? Ich habe sie noch nie hier fliegen gesehen! Was?! Das gibt's doch nicht! Ach, komm jetzt! Ja, ich tue mehr! Okay, so weit waren wir ja schonmal! Hi! Hi! So weit waren wir noch nie! Das ist doch was Gutes! Woah, schön! Denkst du? Ja! Ja, nee! Ich will mein Leben gern! Hi! 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 Okay! 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 So! Dann so! Das macht man das heute! Hi! Äh... Pfff! Hehehehe! Feil! 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 Tschüssi! Kowski! Fass! Hallo, Tixi! Das soll wirklich nicht alle sein! Danke! Ahhh! Manchmal bin ich eigentlich zu alt für diese Welt! Nein, Spass! Ich frage mich jetzt nur, ob da mit Tixi noch was ist! Nix, oder? Hi! Ich gehe die Wand hoch! Nein, noch nicht! Gut, gut, gut! Hallo! Festhalter vielleicht? Gedrückt habe ich ja! Aber gut, ich weiss ja wie die Affen sind! Dummer Affe! Alter, was ist mir gleich mit dem Timing los jetzt! Also... Geht's mir an die Pumpe! Also... Nicht, dass ich jetzt Probleme hätte mit dem Herz! Nein! Ich meine jetzt... An die nervliche Pumpe! Nein! Nein! Kommst du! Ich traue mich nicht mehr! Kennt ihr das, wenn man lange bald nicht mehr traut, was zu machen in einem Level? So geht's mir bald! Aber wir haben schon viele gesammelt! Und vier gesammelt! So! Wie viele haben wir? Schon drei! Boah! Es gibt ja keine Kommbuchstaben! Gott sei Dank! Okay! Sonst... Hättet ihr mich erleben, du! Boinkidoink! Und hoinkidoink! Das waren die drei Brüder! Die zwei Brüder! Hoinkidoink! Und boinkidoink! Hoinkidoink! War der Erste! Boinkidoink! War der Zweite! Und... Hä? Was? Boah! Schön! Ach komm jetzt! Das war jetzt fies! Klingt komisch! Ist aber so! Keine Checkpoints hab ich das schon mal erwähnt! Das war jetzt auch Dixie! Na, so, 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 so! Timing! Die Learen halten sich nicht an meinem Timing! Weißt du das? Habt ihr es gesehen? Wie fies ist das denn? Seht ihr? Nix! Nix hält sich mehr an meinem Timing! Nix! Ich bin hier... Ach so, also hab ich dich ja... T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T! Ich kann mich noch hin an Donkey Kong Country Returns! Ne, da hab ich... Boah! Alter, da hab ich was erlebt damals! Also, jetzt aber! So geht's! So... 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 Immer schön... Grifbereit! Boinkidoink... Boinkidoink! 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 Doinkidoink! Doinkidoink! Hä, was? Hiiii! Byeiii! So geht's! Wer hätte gedacht, dass ich das in meinem Alter noch hinkrieg! Wir haben sogar vier Leben! Wer hätte gedacht? Boah, das war jetzt so fies! Ich weiß, das Spiel kann sogar noch fieser! Das war schweineknapp! Das war fies! Das war nur fies! Ja! Okay! Konzentration! Das war blöd! Ja, wir müssen nichts mehr einsammeln! Juhu! Ich freu mich fast! Mach keinen Scheiß jetzt, der Donkey! Haha! Das war jetzt fies! Ja, wenn der natürlich mehr nach oben schaut, als auf der Seite! Aber gut! Aber gut! Aber gut! Aber gut! Aber gut! Aber gut! Aha! Man muss nur schnell sein! Ich bin ja immer schnell! Ich komme immer zuerst! Und dann kommen die anderen und dann... Nein, Spaß! Bei mir kommt immer... Bei mir kommen immer die anderen zuerst! Mit allem! Woher ich das weiss, weiß ich gar nicht! Ich schlafe ja immer! Schlafe immer! Äh, ich meine es natürlich nicht, was ihr denkt! Ich meine! Ich weiß nicht, was ich meine! Alter, dieses Level lässt mich gerade ein bisschen dünnschiss labern, oder? Ha! 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 I'm good! I'm good! Jetzt! Schnell! Danke! 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 Und doch so viel! Da, da, da! Immer immer diese Stelle, oder? Die auch! Ich bin natürlich zu nahe, bin! Nicht Philipp Lahm, sondern anders Lahm! Hi! 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 Ein extra Leben! Yes, mein Lieber! Was ist denn unten los? Was ist denn unten los? Jetzt wissen wir es! Ha! 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 He! 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 Was war denn unten los? Na, Dixi, da hast du selbst auch durchgelacht, ich fast! Ich fasse es ja nicht! So, wir haben jetzt noch ziemlich viel geholt! Ich glaube, es geht langsam auf das Finale zu! Das Level ist nicht das Spiel! Hallo! Das Finale des Spiels werde ich wohl nie erleben! Dafür bin ich zu schlecht! Boing! Hallo! Doink, boing! Doink, boing! Erschreck mich nicht so! Dixi! Und Euli! Und Zweite Euli! Und Leane! Und Münze! Und was auch du immer bist! Tschüss! Tschüssi! Ach, das war jetzt zu fiss! Hi! Hi! Tschüss! 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 Ah! Ah! Nein, ich sollte noch im Sinne von der Serie keinen Schmuddel willen! Bin ich gerade ein bisserl... Pfaff! Boah! Sch... Jetzt hab ich das Timing draus! Hätte man nicht gedacht bei mir, oder? Wer denkt denn schon bei mir schon, dass ich Skill hätte? Ist nichts! Aha! So weit kann man noch nicht! Jetzt haben wir auch noch Dixi! Ja! Ich bin höchst erfreut! Höchst erfreut! Das war jetzt fiss! Hallo! Wägelchen! Hey! Das haben die jetzt extra gemacht! Das hab ich gemerkt! Spawn die! Wenn nicht, bin ich am Arsch! Kein Zeitlimit! Ich glaube, ich nutze das voll aus, oder? Ah! Gott sei Dank! yba? foul! Tyro! 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 빨리 hit! Komm, 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 komm! Mach hier keine Faxe! Danke, du Snack! Du Snack! Du Snack was? Ein Snack? Was ist ein Snack? Hört man eigentlich aus, dass das Original-Componies von Donkey Kong Country kommt in Musik schon, oder? Hi! Tschüss! Wie geht's? Wo auch? Alles klar zu Hause? Bei dir auch? Hi! Oh, schön! Schön, ich liebe es in einem Plan funktioniert! Tschüss! 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 Immer da! Nichts, dass jetzt was passiert ist, aber immer da! Das war jetzt so fies! Aber sie haben sich ja noch gehalten, ey! Das rechne ich den hoch an den Kongs! Dann! 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 Mit Dixie! Geht's los! Ah! Gott! Achso! Da war ja noch was! Stimmt! Was nicht! Ein Congressster hier acid. Da war ja noch was! Chumnier auf den Kopf. Echt! Da war ja noch wann mansier. Aber das war ja noch immer queste Gl enquanto bis zum Willens, oh ja! Es war ja noch andеб Senhor! Oh! Oh! That's obvious! That's out! Ta-do, ta-do. 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 Ah! Ich mein's immer zu gut. Ich bin immer ein guter Mensch, ja? Tch! Wer glaubt, wird's ehrlich. Ich meine, ich glaube ich hier nicht nur ein guter Mensch, hä! Ich bin immer noch nicht mit dir! Ich bin immer noch nicht her! Ich bin immer noch nicht mit dir! Und hier ist es mit ihm einfach zu sehen. Ich bin immer noch nicht irgendwie zu da. Ich bin immer noch nicht mit mir. Und hier ist es mehr möglich! Puh! Haha! Knapp! Heißes Marmeladenbrot! Knäuft! Wieso? Immer da! Oh! Huuun! Doors! Wies! Huuuun! Wies! 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 Fuck it. Haha, hoho, hihi, haha. Danke, danke. Danke. Nah, fietarajen imalvida, genau. Gibt's doch nicht! Wieso? Was war da verkehrt? Gibt's doch nicht. Setzt, passt, und hat Luft. Danke. Ha, misch mit mir heute. Ich behalte mich ja schon. Kein Stress hier. Danke. Und noch ein Versuch. Ach. Geht doch. Wenn man nur will, geht alles. Meisen sich raus. Hab ich was verpasst? Das müsste ich mir jetzt erklären. Na gut. Vielleicht das mach ich gleich noch mal mit Squaxi. Was ist es mir wert? Ach komm jetzt. Das schaffe ich jetzt. Das schaffe ich ja jetzt. War ja noch gut. So nicht? Danke. Wo war das? Wo, wo, wo? Ich dachte, es ist alles schon sichtbar. Aber nein. Schaffen wir es in 2 Minuten. Ich hoffe es mal. Da ist schon mal nix. Da ist schon mal nix. Auch nix. Schlimm hätte ich was sammeln sollen. Nein. Oh, wettig. Ta-dum. 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 Da-dum. Da-dum. Das war gemein. Gesammelt ist gesammelt. Nur noch beenden, nur noch beenden. Das schaffe ich jetzt. Schauen wir das in einer Minute. Ja, wird knapp. Offiziell habe ich es jetzt beendet. Ich denke mal, dass man so etwas nennen kann, oder? Oder würdet ihr das nennen? Interessiert mich gar nicht. Ach, schee, was auch in dir ist. Nein, Spaß gehoben. Es ist nur noch wie ein richtiger Primat beenden. Sonst zählt es nicht. Wie heißen wir doch alle? Danke, Squogies. Danke, danke, danke dir. Ich freue mich, wenn du mal einen richtigen Auftritt wieder hast. Naja, aber wie gesagt, es kann sein, dass das alles wegen den Lizenzstreitigkeiten ein bisschen schwierig ist. Weiss man ja nie, ne? Weiss man ja nie. Weil ich denke, dass Microsoft und Nintendo sich da ziemlich gut verstehen, aber Lizenzstreitigkeiten sind eben Lizenzstreitigkeiten. Das weiss man einfach... Aber na ja, wir als Kunde sind ja die, die das haben wollen. Oder eben nicht. Aber ich denke schon, wir wollen es haben, oder? Oh, das war knapp. Das war noch eine knappe. Burschi! Erschreckt mich nicht so. So, danke. Ein extra Leben vielleicht noch? Jetzt plötzlich springt er wieder nach unten. Danke, 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 danke. Danke. Schaffen wir das? Ich hoffe es doch. Alter! Gut, es hat der mit Dixie nicht mal gekonnt. Aber gut. So. So. Komm, jetzt das schaffen wir doch. Gut, ich mache den nächsten Part um das weniger lang, was ich hier mache. Ab jetzt. Das verspreche ich. Aus dem Gefühl, meine ich. Ich habe ja keine Stopp oder so, aber... Ja, ja. So fair will ich dann schon sein. Laufen? Laufen tut's, oder? Ich kann's langsam. Jetzt soll ich den Level auswärtig haben. Ist ja bald vorbei. Nicht zu lautsam, nicht zu lautsam. Immer gefährlich. Danke, als ich den Kopf anhaue da. Nein. Nein. Nein, noch nicht. Aber jetzt. Nach unten und Giroldo. Aha! Ja, ja. 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 Vor lauten Altacität. Ich gebe es da zu. Es ist eigentlich, dass ich den Halteknopf fast nie loslasse, so ein Angsthase bin ich hier, naja, boinki, doinki, boinki, boinki, doinki, haha, Kennen ist alles und können, naja, ta, ich mit mir, boche, Schiff. Gut. Das gut. Läuft. Läuft. Danke. Und weiter. Und der nächsten Part werde ich 5 Minuten freuen. Nur der Ferne halbe. Gut. Dann alles kommen wir. Deshalb sage ich, wenn es gefallen hat. Und daumen hoch. Abonnieren. Bis dann eh. Und tschüss.